Aufschlag Karl Rückschläger Heiko Lechner Jetzt schlägt er auf der Heiko Er spielt fast alles mit der Bekommens und die ist ganz unangenehm Da kann er aus den seltsamsten Positionen ganz krumm noch den Ball rüber spielen sowohl als Schupf als auch als Spinn und vor allen Dingen hat er Schuss gut platziert Da das etwas unangenehm ist rechnet man sehr oft nicht damit hat wenn er schießt fast so etwas ähnliches wie die Rückhand von Ramazan Seiland aus Nürnberg der spielt die auch dann so beschrägt Das war so ein Beispiel für so ein Schuss wo er eigentlich nicht richtig zum Ball steht aber trotzdem sich selber so verräumt das war jetzt die die kam die sie auch der Ramazan spielt nur dass sie gerade mal nicht gekommen ist was dem Ramazan auch etwas passiert das war jetzt das war jetzt das war jetzt das war jetzt ein typischer Aufschlag von Karl mit dem hatte ich auch anfangs meine Probleme bis ich mich endlich gezwungen habe den nicht wieder auf seine Vorhand zu regeln sondern den Körper ein bisschen zur Seite zu drehen damit der Ball auf jeden Fall auf den Tisch kam in den ersten beiden Sätzen habe ich den immer ganz knapp links raus gespielt jetzt habe ich dann auch ganz beide in der Verlängerung verloren aber die anderen drei dann gewonnen knapp aber ich denke der Knackpunkt war dass ich einfach die Aufschläge dann etwas konsequenter auf dem Tisch gespielt habe auf dem Tisch gespielt einen Aufschlag den wir gerade gesehen haben von Heiko Lechner den habe ich auch immer unterschätzt jedes Mal nochmal der gleiche ja schauen wir wie er den auflegt da ist überhaupt nichts drin aber es ist mir genauso gegangen also mit dem habe ich mich unheimlich schwer getan zumal es oft mal so aussah als wenn es ein Diagonalaufschlag und schon auf die Form kommt und dann kam er so halb auf die Rückhand nichts Halbes und nichts Ganzes und nichts drin jetzt habe ich den gleichen Diagonal gespielt also da darf man dann auch nicht sicher sein dass der immer so kommt da habe ich auch einige Fehler gemacht da habe ich auch einige Fehler gemacht also keine Chance gehabt gegen Heiko Lechner den ersten Satz den ersten Satz hätte ich gewinnen müssen den hatte ich eigentlich im Griff der ist plötzlich bei 8-7 für mich da haben wir den Ball so verschossen was wir dann erst mal fünf Minuten suchen und dann den anderen Ball nehmen mussten und da ist mir dann der Rhythmus abhanden gekommen da habe ich dann erst mal nach 8-7 für mich glaube ich keinen Punkt mehr gemacht und da habe ich aber vorher den ganzen Satz schon immer so 2-3 Punkte geführt der war weg und dann war der zweite gleich mit weg dann habe ich im dritten was gewonnen und im dritten gewonnen und im vierten dann einen kompletten Blackout-Satz gehabt das ist überhaupt kein einziger Ball auf dem Tisch weder die leichten noch die schweren und so war das halt 1-3 also gegen Heiko Lechner aber ganz unangenehm für mich zu spielen auch der Ball gerade wieder da drückt er einen Aufschlag auf die Vorhand und fast ohne sich zu bewegen zieht er ihn mit der Rückhand an eben wieder zu sehen wieder von der Vorhandseite aus Rückhandschuss also das gleiche was ich mache aber dabei natürlich wenn ich Handgelenk drehe und dann mit dem Vorhandgelenk schießen er dreht kein Handgelenk er verdreht sich komplett selber so dass er dann diesen Ball mit dem normalen Kampgelenk schießen kann also klare Sache für Heiko Lechner und Karl du bist allein der Handgelenk das ist geschleckt und dann mit dem der Handgelenk der Handgelenk der Handgelenk das ist und dann mit dem